weiter geht's boah der steht aber ziemlich schnell auf gehört das auch noch zu ihm? ne oder? da ist die evakuierungszone die batterie nehmen wir mal gleich raus treibstoffkommissar hallo ich hab ja was für das Kerl aber nennt ihm oder? also dem Kerl das boah Junge ist die dick eh warte mal kurz ich nehme mal schon die batterie das ist eigentlich eine ganz gute idee bevor sie herkommt man sie hat mich schon gesehen also das könnte ein bisschen problematisch werden aber sollte doch eigentlich funktionieren da halt mal ah sehr gut ich werde einfach nur ein bisschen mit Köpfchen spielen hopp dürfte hinten anscheinend nix mehr dran sein hm hm ja das ist einfach nur oben rein so wie ich das gedacht hab bei dieser Lücke also bei diesem Fenster was da offen ist Kühlbox Leben ist eigentlich relativ voll hübsche Leggings immer zur sicherheit draufhauen apology script der ist halt ziemlich groß ne der könnte ein problem werden solange halt nicht durchbricht gerade wie ich dann jetzt so wieder durchbrechen könnte Kühlbox Jum 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 das da hinten sieht mir nach einem runner aus kann einfach so die scheibe durchlaufen vielleicht kann ich ja ihm entgegenlaufen score ok doch der ziegenstall donnie donnie das ist mir angezeigt hat das ist da oben da geht es raus die raum für mann ziegenstelle hauptschlüssel ja aber das ist doch der eine typ da ich habe doch gerade erledigt dieser ziegenstelle tony er hat ja gerade seinen kopf verloren möglicherweise weiß ich was meine follower vielleicht unten im erdgeschoss kann auch sein es gibt ja genügend dinge auch wenn es keine open world sein soll es wirkt open world mäßig stinkt schon ziemlich da ist ein typen durch das die scheibe durchgeschlagen habe konnte natürlich jetzt näher hey pupal gibts ein supel oh da geht noch einer hu da ist einfach gehe aber gehen tut ja nimmer da ist einfach weil stoff und warum habe ich das jetzt kaputt gemacht wenn nix sei da nix drin ja klasse ja aber siehst du sich da die die adern bewegen ne klasse ey freund können da draußen raus schauen dann nehmen wir als nächstes den gausschläger diese tür gehen wir mal rein dann gibt es noch ein medikit, ein energy drink, ein bisschen bargeld, trennen gas da oben ist einer ich weiß nicht, wo ich hin muss hey, wassup goties hey, wassup ich weiß gar nicht, ob sie wieder ein neues fahren also, was ist schon mal erledigt das geht nicht, der ziegenstall der ziegenstall lassen and dance revolution ich weiß gar nicht, dass man es teilweise besieht, aber oder ob es jetzt Dinge gibt, die was nicht so leicht zu finden sind, weil die Kugeln nach vorne treffen. Ok, die Bahn wäre irgendwie einschalten. Hm. Ja, Leute. Das würde euch jetzt mehr wehtun als von mir. Ja, aber da hätte es noch mehr geben müssen. Allein schon da hinten ist so ein Bauplan, da steht das in der Zugangskarte drauf. Aber irgendwie kann man sicher durchschlagen. Schau mal da oben. Okay, das ist bekannt. Dann wollen wir an der Seite da rein. Ok, wir gehen einfach mal oben rauf. Also oben rauf und dann springen wir da runter. Möglicherweise funktioniert das. Sollte eigentlich funktionieren, weil ich glaube da gibt es nicht überall eine Zugangskarte, die ganze Ex hat. Ah, da ist nichts mehr über den Koffer. Jeder Koffer, das ist jetzt Bargeld. Das ist mir die Koffer. Koffer, Kleiderschrank. Ein Streif. Ah. Nur von der anderen Seite zu öffnen, aber wie komme ich denn da auf der reinen Seite? Okay, nur von der anderen Seite zu öffnen. Oh no. Shit. Komm schon, Mann. Okay. Muss ich da eigentlich nochmal alles neu machen, oder? Nee, muss ich denn. Nee, zum Glück nicht, also. Gut. Komm schon, ja. Na, da war ich so. Komm schon, ja. Hallo. Ich frage jetzt, ob die Sau da runterkommt. Na, wo ist denn hin? Nein. Na, da bist aber weit gesprungen. Gut, hat sich überhaupt nicht ausgezahlt für sich. Also eigentlich kann man überall drüber springen. Also eigentlich kann man überall drüber springen. Ah, süß da. Okay. Back on track for the helper in hotel. Ja. Da blubbert dann ein bisschen stärker. Das heißt, wir müssen zurück. Das heißt, in die andere Richtung. Ja. Ah, wie ist weiter jetzt? Sehen wir mal nix mal. Servus. Ja.